haben viel gezeigt was uns stark macht stimmen zum spiel haben viel gezeigt was uns stark macht stimmen zum spiel haben viel gezeigt was uns stark macht stimmen zum spiel das gestrige spiel zwischen den teams xyz und abc hat nicht nur für spannung gesorgt sondern auch viele stimmen zur leistung der spieler und trainer hervorgebracht die begegnung endete mit einem knappen zweiter eins sieg für x webz einem favoriten in dieser saison fans und experten diskutieren rege welche faktoren zu diesem ergebnis geführt haben und welche konsequenzen sich daraus für die kommenden spiele ergeben könnten spielverlauf und analyse schon in den ersten minuten zeigte das team xyz eine starke präsenz auf dem spielfeld die abwehr stand sicher und die offensivaktionen wurden gezielt eingeleitet bereits in der zehnten minute konnte xyz durch einen gut platzierten schuss von max mustermann in führung gehen trotz des rückstands gab sich team abc nicht geschlagen sie intensivierten ihre angriffe und kamen in der dreißigsten minute zum ausgleich als peter beispiel einen elfmeter verwandelte das spiel blieb bis zur halbzeit ausgeglichen wobei beide teams chancen hatten in führung zu gehen die zweite halbzeit begann ähnlich intensiv doch xyz konnte erneut die oberhand gewinnen ein präzises zusammenspiel und eine starke ballkontrolle führten in der 65 minute zum sieg treffer durch laura beispieling stimmen der trainer nach dem spiel äußerte sich trainer markus trainer von xyz zufrieden wir haben heute viel gezeigt was uns stark macht unsere mannschaft hat diszipliniert gespielt und ist geschlossen aufgetreten auf der anderen seite betonte abc trainerin claudia coach wir haben viele chancen vergeben aber die moral stimmt wir nehmen die positiven aspekte und arbeiten weiter an unseren schwächen spielerinterviews max mustermann der torschütze des ersten tors für xyz fasste seine eindrücke zusammen es war ein hart umkämpftes spiel abc hat uns alles abverlangt aber wir haben gezeigt dass wir auch in schwierigen situationen einen kühlen kopf bewahren können laura beispieling die den siegtreffer erzielte fügte hinzu dieser sieg war ein gemeinsamer erfolg jeder hat seinen teil dazu beigetragen und das macht uns stark auf der seite von abc äußerte sich peter beispiel ebenfalls zum spiel natürlich sind wir enttäuscht über das ergebnis aber wir haben auch viele positive ansätze gesehen wir können auf dieser leistung aufbauen expertenmeinungen und analysen sportexperte daniel sportlich lobte die taktische disziplin von xyz die mannschaft hat gezeigt dass sie defensiv sehr stabil steht und offensiv immer wieder gefährliche akzente setzen kann das ist das ergebnis harter arbeit und kluger taktischer vorgaben sandra analyse eine bekannte sportanalystin hob die kämpferische leistung von abc hervor trotz der niederlage hat abc eine starke moral und einen tollen kampfgeist gezeigt diese charaktereigenschaften werden ihnen in den kommenden spielen sicherlich noch zugute kommen fan reaktionen auch die fans beider teams zeigten sich nach dem spiel emotional ein xyz fan der im stadion dabei war sagte das war ein spiel auf höchstem niveau unsere mannschaft hat alles gegeben und wir sind stolz auf sie ein abc anhänger ergänzte wir sind traurig über die niederlage aber unsere mannschaft hat großen einsatz gezeigt das macht hoffnung für die zukunft in den sozialen medien gab es ebenfalls zahlreiche reaktionen unter dem hashtag xz sieg feierten die fans den erfolg ihrer mannschaft und teilten auch abc h kämpft fand großen anklang wobei die anhänger ihre wertschätzung für das engagement und die anstrengungen ihres teams ausdrückten ausblick auf kommende spiele für die zukunft sehen sich beide teams gut gerüstet x team xz wird versuchen an ihre starke leistung anzuknüpfen und die tabellenführung weiter auszubauen trainer markus trainer betonte dieses spiel hat uns noch mehr selbstvertrauen gegeben jetzt gilt es fokussiert zu bleiben und jedes spiel mit der gleichen intensität anzugehen abc hingegen wird die positiven aspekte des spiels mitnehmen und an den schwächen arbeiten trainerin claudia coach zeigte sich optimistisch wir müssen weiter hart arbeiten und unsere chancen besser nutzen dann werden auch die ergebnisse wieder stimmen eine ähnliche meinung hat peter beispiel der für abc ein tor erzielte wir sind auf dem richtigen weg mit der unterstützung unserer fans und dem teamgeist den wir heute gezeigt haben bin ich sicher dass wir in den kommenden spielen erfolgreich sein werden abschließende worte das spiel x-wip z gegen abc wird sicherlich noch lange in erinnerung bleiben es hat gezeigt dass beide teams über großes potenzial verfügen und in der lage sind auf höchstem niveau zu spielen die kommenden wochen versprechen weiterhin spannende spiele und interessante entwicklungen in der liga samstag 18 mai 24